Wo ist der Stein geflogen? Bei der, wo sie nach dem Runde gehen, in die Umwandschaft. Da haben die den Riesenstein geschmissen. Da haben die diesen reingeschmissen, in die Menge. Er ist zum Glück an der Lehne da aufgeprallt. Ich muss ein Foto machen. Oh, Wahnsinn. Ich habe eine Bierflasche ins iPhone gekriegt. Das ist ein Wortversuch. Und ein paar Flaschen sind natürlich auch geflogen. Ich habe ein paar Bierflaschen und ein paar... Das sind die vermeintlich Friedlichen, die für eine einheitliche Welt kämpfen. Die kämpfen für Frieden in der Welt und schmeißen mit solchen Sachen rum. Wenn die nicht mal im Kleinen schaffen, auch demokratische Diskussion friedlich zu gestalten. Wie wollen die dann eine einheitliche, friedliche Welt? Das frage ich mich. Können sie nicht. Sie können nicht diskutieren. Sie haben keine Argumente. Ja, keine Argumente. Gewalt ist die Sprache der Ohnmächtigen, die keine Argumente haben, keine Fakten haben. Und der Dummen. Und der Dummen. Und der Aggressiven und der Faschisten. Ich habe zwei Bierflaschen und eine Dose abbekommen. Ich habe ein Ei abgekriegt. Die Schärfen waren nicht angenehm. Die Schärfen waren nicht angenehm. Ich habe eine Bierflasche. Ja, das ist alles.